Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Dad Video auf meinem Kanal. Irgendwie bin ich in den letzten Monaten zum Thema Elektroautos gekommen und das ist irgendwie eigentlich ganz lustig, weil mit Autos hatte ich in meinem ganzen Leben nie viel zu tun. Ich bin eher eigentlich ein Auto-Noob, umso interessanter finde ich es, dass ich jetzt mit Videos über Autos relativ viel Erfolg habe. Und ich dachte, ich erzähle euch heute mal meine 10 Autos und wie ich sie zur Strecke gebracht habe. Natürlich ist das ein bisschen Clickbait, weil ich habe gar nicht alle zur Strecke gebracht. Vor allem natürlich nicht das Tesla Model 3. Unser aktuelles Auto, das ist die Nummer 10. Dieses Auto kennt ihr ja zur Genüge aus den verschiedenen Videos von mir. Vielleicht zusammengefasst nochmal ein Tesla Model 3 Long Range mit Rear-Wheel-Drive in ganz normalem Schwarz. Das haben wir seit Juni 2019. Es gehört meiner Frau und der Bank und wir sind damit sehr, 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 sehr zufrieden. Auch die beiden Autos, die wir davor hatten, die kennt ihr schon ganz gut. Die Nummer 9. Unser Volvo V70 Baujahr 97. Den habe ich 2006 für 6.750 Euro gekauft. Er war Baujahr 97, also damals 9 Jahre alt, hatte 80.000 Kilometer, ziemlich wenig für dieses Alter. Und das war ein richtiges Schnäppchen. Ich war damals in einer Theaterproduktion in Würzburg engagiert und bin 10 Wochen lang immer hin und her gefahren und habe erst überlegt, ob ich mir dafür einen Leihwagen hole, weil es ist eine Strecke, die man wirklich nicht mit der Bahn zuverlässig machen kann. Schon gar nicht zweimal die Woche. Und habe dann beschlossen, mir dieses günstige Superauto zu kaufen und es danach wieder zu verkaufen. Und das habe ich dann nie gemacht, weil dafür war dieses Auto einfach zu gut. Wie ihr bestimmt gesehen habt, ist es im Herbst 2018 leider von uns gegangen. Es fährt jetzt irgendwo in Osteuropa herum und wird vermutlich noch ein paar Jahre haben. Aber die Reparaturen, die anstanden mit Lenkmanschetten und Spurstangen und so weiter, waren für jemanden wie mich, der Klavier spielen kann, aber keine Autos reparieren, nicht mehr zu finanzieren. Und insofern ist das das Ende unseres schönen V70 gewesen. Die Nummer 8 meiner Autos ist unser Renault Kangoo 1,2 16V, der ebenfalls im März diesen Jahres mit einem Getriebeschaden leider ausgeschieden ist. Ihr seht hier die letzten Aufnahmen, die ich von diesem Auto habe. Den haben wir 2004 gekauft, an Oscars zweiten Geburtstag. Damals für 12.000 Euro, wobei uns vom vorigen, das war der Renault Kangoo 1,4 RT, den konnten wir in Zahlung geben. 5.000 Euro haben sie uns dafür noch gegeben. Damit hat uns der Renault Kangoo 1,2 16V nur 7.000 Euro gekostet. Ich habe übrigens mal nachgerechnet, weil ich alle Rechnungen noch habe von der Werkstatt. Wir haben in diesen 15 Jahren, die wir ihn besessen haben, insgesamt 10.000 Euro für Service, Reparaturen und Reifen und Reifenwechsel ausgegeben. Das fand ich mal ganz interessant, einfach sich klar zu machen, was man so braucht an Geld, wenn man ein Auto hat. Ja, die Nummer 7 habe ich damit auch schon erwähnt. Das war der eintürige Renault Kangoo. Ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Werbung erinnert, als der zweitürige dann kam. Da gab es zum Beispiel diese Banküberfallwerbung, wo die Bankräuber den Sack in den Wagen werfen wollen, aber er fliegt auf der anderen Seite wieder raus. Das hat uns sicherlich inspiriert damals, den mit den zwei Türen zu nehmen, aber auch die Tatsache, dass eben zwei Kinder mit nur einer hinteren Schiebetür nicht so praktisch sind, weil man ja von beiden Seiten ans Auto dran kommen will, um sie reinzusetzen. Und da hatten wir eben das zweite Kind und deswegen auch den zweiten Kangoo mit der zweiten Schiebetür. Unseren ersten Renault Kangoo hatten wir 1996 gekauft, folgerichtig, als unsere Tochter auf die Welt gekommen war und wir ein größeres Auto brauchten. Dass wir überhaupt diesen Renault gekauft haben, ist eigentlich nur dem Umstand zu verdanken, dass da ein wirklich sehr netter und älterer Verkäufer war. Der hat uns unser davoriges Auto, glaube ich, für 2000 Euro in Zahlung genommen und uns dann angeboten, ihn für 500 Euro wieder zu kaufen, damit er vom Hof ist. Haben wir aber nicht getan. Das war ein Fiat Tipo, was ich vorher gefahren hatte. Ein Auto, das ich eigentlich sehr gerne gemocht habe von der Optik her. Ich habe schon immer ein Faible für grünen Metallic Autos gehabt, die meine Frau eigentlich hässlich findet. Den habe ich gekauft in meiner Studienzeit am 23.05.1992. Mein Vater schreibt solche Sachen auf. Habe ich den wohl gekauft, um regelmäßig nach Trosting zu fahren, um meine Instrumente für die Auftritte zu transportieren. Und ansonsten weiß ich nicht mehr sehr viel, außer dass ich ihn eben von 92 bis 96 hatte. Er war bestimmt nicht neu. Das kann ich mir nicht vorstellen. War bestimmt ein Gebrauchtwagen. Und ich habe ihn sehr gemocht. Aber ich kann nicht mehr sagen, was er hatte. Jedenfalls, wir haben ihn in Zahlung gegeben für den Renault. Und das Auto, was ich davor hatte, war auch schon mal ein Renault, nämlich ein R14. Den habe ich mir 1990 gekauft. Ich glaube, so um die 4.000 Mark hat er gekostet. Ihr merkt, die Autos werden immer billiger, wie sich das auch gehört. Den habe ich zwei, drei Jahre gefahren. Den R14, ein gelbes Auto. Es war schon eine rechte Schrottkarre. Also ich habe am Anfang nur sehr, sehr alte Autos gekauft. Das vierte Auto, das ich hier beschreiben möchte, war ein R4. Im Zivildienst bin ich mit dem sehr viel rumgefahren. Ich habe 1998, 1999 Zivildienst gemacht. Habe in der Altenpflege gearbeitet, mobil. Und da sind wir immer morgens um 6, halb 7 losgefahren. Und so ein R4, es dauert so 10, 15 Kilometer, bis die Heizung warm ist, bis die Scheiben nicht mehr beschlagen sind. Schaltungen für alle etwas Jüngeren, das war diese Handschaltung. Und das ist tatsächlich das einzige dieser zehn Autos, den ich ganz persönlich zerlegt habe. Meine Zivi-Kollegen haben es mir damals gedankt, weil wir haben diese Autos gehasst. Und die Schwestern durften schon längst mit Polos und Golfs rumfahren. Und wir mussten immer mit diesen alten, stinkigen R4s rumfahren. Und ich habe bei einem sehr, sehr regnerischen Tag mit schlechter Sicht aus den Scheiben an einer undurchsichtigen Ampelschaltung habe ich leider vergessen zu bremsen und bin meinem Vordermann voll reingefahren und habe dann ziemlich gestaunt, wie man mit 10, 15 Stundenkilometern so einen R4 praktisch zusammenschieben kann. Ich war froh, dass mir nichts passiert ist. Das Auto war Schrott. Und ja, wir durften dann Polo und Golf fahren. So, jetzt kommen die drei ersten Autos meines Lebens. Das sind natürlich die prägendsten. Und die Nummer drei war ein VW Passat. Den habe ich im Juli 1987 gekauft. Ihr seht ihn hier auf diesem Bild mit meiner Oma. Der hat 2000 Mark gekostet. Ich habe am Anfang halt erst mal lernen müssen, wie so Autos funktionieren. Und ich habe da mal mit meinem Zivi-Kollegen darüber gesprochen. Ich habe gehört, man muss da so immer mal wieder nach dem Ölstand schauen. Und ich schaue immer nach diesem Ölstand, aber ich finde nichts. Ich sehe nichts da, wenn ich dieses Stäbchen rausziehe. Und dann habe ich gesagt, lass mal gucken. Ja, klar, dass du nichts siehst. In diesem Motor ist praktisch kein Öl mehr drin. Das heißt, ich habe einfach, ja, dieses Auto wahrscheinlich auf dem Gewissen. Ich wollte dann mit meiner damaligen Freundin in den Sommerurlaub nach Frankreich fahren. Und kurz hinter der französischen Grenze machte es auf der Autobahn, buff. Und ich habe damals die französischen Wörter de panache und demolier gelernt. Und ja, er wurde noch vor Ort und Stelle leider verschrottet. Damit kommen wir zu meinem zweiten Auto. Und um ehrlich zu sein, ist es mein erstes wirkliches Auto gewesen. Und das habe ich im Mai 86 bekommen mit 19 Jahren. 1000 Marker hat es gekostet. Die hatte ich von meiner Oma und es war ein VW Käfer. Baujahr 68. Der war kaum jünger als ich. Und mit dem habe ich viel gelernt. Also als ich zum ersten Mal eine größere Autobahntour gemacht habe mit einem Freund zusammen, dann habe ich gedacht, das Auto ist aber auch wirklich laut. Bis ich dann drauf kam, dass ich immer noch im dritten Gang fuhr, also auf der Autobahn so nach 20, 30 Kilometer, hatte vergessen zu schalten. Als ich zum ersten Mal tanken gefahren bin, weiß ich auch noch. Da habe ich nämlich irgendwie, bin ich ums Auto rumgelaufen, habe den Tank gesucht. Und der Tank ist halt beim VW Käfer damals vorne gewesen. Interessant übrigens, mein erstes richtiges Auto und mein heutiges richtiges Auto haben beide schon einen Frank gehabt. Ja, der VW Käfer war ungefähr ein Jahr bei mir und ist dann daran gestorben, dass der Tank durchgerostet war. Also ich meine, er war schon sehr alt. Ich habe ihn auch nicht gut behandelt, aber für das Tank durchrosten konnte ich nichts. Und damit war die Episode leider auch abgeschlossen. Und mein allererstes Auto, das seht ihr hier. Das war mein heiß geliebter roter Plastikflitzer mit Drehpedalen. Bin damit sehr gerne rumgefahren draußen vor der Straße schon mit vier oder fünf Jahren. Und letztendlich schließt das auch den Kreis, weil das Schöne an diesem allerersten Auto war, dass es keinen Verbrennermotor hatte und sehr leise in der Fortbewegung und hatte sogar Flüsterreifen bestimmt. Und insofern bin ich da auch heute wieder gelandet, wo ich am Anfang war mit einem Frank von meinem VW Käfer und mit dem lautlosen Antrieb meines ersten Tretautos. Kommentiert vielleicht, was eure Autos bisher gewesen sind und eure Geschichte. Gebt mir unbedingt ein Like, abonniert meinen Kanal und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.